er hat gesagt er muss erst mal damit klarkommen dass er jetzt nicht mehr milliardär ist oder er hatte 2 milliarden guten abend schwer für ihn da muss erst mal mit klarkommen es geht man das ist der richtige trip opi mann scheiße ja das ist ein krassen trip mann was hab ich was ein trip ich hab kein tripper was könnt ihr deutsch sprechen opa hat's nicht so mit englisch ich kann ich kann ja dann willkommen in amerika ja hallo ja sag mal bist du nicht der war wieso nee warum keine ahnung wenn du da bist dass ich überall durchschnort für nichts bezahlt immer geld will da bin ich nicht also vielleicht das ein oder andere mal ist das vielleicht vorgekommen aber man verwechselt mich auch gerne mit dem shepherd leider also bist du kein schnopper ich bin kein schnopper ja das stimmt ja da habe ich mich ich wollte sagen ich weiß nicht wie oft ich in dem damals im pilus ein auf die früste kauter weil die meinten ja leider habe ich mich ja hier an der einen oder anderen stelle mal mit dem sehen lassen und plötzlich bist du unbeliebt das ganz schlimm ganz schlimm sein bist du nicht mit zwei jungen leuten eingereist zufällig also als ich eingereist bin da war auch ein opa das war der detlef der macht ja mal die einreisen und plötzlich war ich sein assistent weil wir alten müssen ja zusammen eigentlich ich bin der dieter dieter krabowski aber warum auch immer hört sich die typen an der bei der müde vorarbeitet aber sag mal ich suche eigentlich die komische release party ist die schon vorbei was wann ist die ich habe gesagt oha morgen das trifft sich sehr gut dann hole ich mir morgen das preisgeld ja ich habe nicht mehr reingeguckt ja warte ich suche das noch mal raus was willst du improvisieren mann opa opa war im früheren leben rapper junge oh nein da steht die per release party wird schnellstmöglich nachgeholen ja genau also ich finde die app ja richtig nice aber ich hätte die tracks gerne so dass ich die auch so abspielen kann ja ich weiß was du meinst das ist ein bisschen lost finde ich leider ich würde dafür ja auch was hinlegen so wenn ich mir das runterladen könnte aber ich würde gerne wenn ich im auto fahre und die kopf hinter mir sind einfach von gar nicht die polizei abspielt die polizei ist aber nicht nett doch ich nein hätte typen dabei sage ich euch wird da in zukunft bestimmt noch eine möglichkeit geben auch dass man die bei euch im laden abspielen kann zum beispiel lassen da haben sie einen laden da wird nichts anderes mehr laufen weil ich würde sagen sobald die cops reinkommen fickt die polizei vielleicht mit bewegungsmelder das doch super ja genau ich würde sagen ich mach das so dass wir so bewegungsmelder sobald die für diese männer brauchen wir nur noch eine elektronik sein ich kenne einen ja und ja die beiden handeladen das sind die besten frisörer in der stadt da kenne ich einen also klufe ich schon so friseur wenn sie mal ein toupee brauchen dann sind das genau die richtige ne ich war schon bei so einem anderen ich war schon bei so einem anderen frisör ich bin ja nicht enttäuscht hier die können alle gehen richtig in den jungen bad einfach nur so in die strippe hier ja gut da können wir ja nix dazu wenn dein bad wuchs so scheiße ist kann ich ja auch nicht schwierig vielleicht gibt es ja auch ein bad wuchs mittel wenn er wieder locker baby naja bruder man der ist überlegt laut der ohne scheiße er ist von mir hast du das gesehen nein der song ist von mir nicht von mir ach von mir mir die kenn ich du meinst baby b baby b ich kenne und ja das baby bier die siehste mann baby bier die wurde von mir und scheppert adoptiert bier scheiße wir verstehen bier guck mal erst machst du scheppert schlecht und dann sagst du sie wurde von uns adoptiert na wir waren zusammen unterwegs in la vida loca ne nicht dieses zusammen ne ne wir haben vielleicht ne kleine wohngemeinschaft aber mehr auch nicht ja Karte teilt es ist nicht mehr bei einem da auch mit jahren mit ihr fangen mehr aber ein Jahr mehr ja gut es war wahrscheinlich dass wir drüber rutschen meinen das ja in uns soll es auch nicht wir sind die Spätschicht und eigentlich haben wir auch das ist das vor da haben wir vor ich besser sagen jetzt ist es aber auch schlauungs ich will auch vielleicht müssen wir uns dann neue begriff für sumo ring könnt ihr mal einfach mal klartix reden also wir haben eine schläpperbox ach mal habt ihr was hier hoch oder was wir brauchen noch nicht ich dachte ihr legt euch jetzt seit ich hab so ein bisschen was macht ihr nach der schläpperbox ruhig weiter nichts ich glaub nicht also seid ihr eigentlich checkt ihr die ganze Zeit oben bei euch am Ding oder nicht ja offensichtlich ja nicht weißt du dass du echt ne super sympathische stimme hast man wie meinst du du ja du dich oh wie süß danke ja ich find deine stimme echt super beendet mich an irgendjemandem tut meine Ohren echt gut man meinen auch die ist wunderschön die ist einfach wunderschön vielleicht gehen wir mal ein Bier trinken zu dritt ja man der wird sich mal ein bisschen näher kennen ne 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 Gott also nicht ich komme mir nicht wie dieser Franzose an ey das kannst du dir direkt wieder abschminken ich schmink dir gar nix 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 so mit französischem Dialekt besser also so so ein Ziel würde ich nicht fragen nee direkt mit der Haustür und der Saus Schlepper geben ich will oh oh das kannst du dir einfach direkt wieder vergessen ja direkt aber also mein Bruder hättet bestimmt nix gegen dich da Baby ja sehr viele Angebote aber das ist meine ich würde sagen wir reden alle gegen eine Wand das ist nicht ja genau die rennen alle gegen mich in meiner Faust in deiner Faust das ist Alter Alter ey Junge was was also du bist grade irgendwann ich ja nicht schon mal an sich gepartigt Alter Alter ja und jetzt diese Bilder in meinem Kopf bin ich nicht okay das musst du dir immer nur vorstellen nix okay okay ich muss mir gleich die App reinziehen ach müsst ihr auf jeden Fall das ist der Song ist so gut fick die Polizei wo finde ich denn die App eigentlich ja im App Store auf Tablet auf Tablet ejwell ich hab dieses Start aber nicht viel okay krass Also ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber wenn ihr nichts gerucht habt, dann weiß ich auch nichts. Ich kenne das von früher, Junge. Schau doch mal. Scheiße, das ist wie... Die schreit sich die Seele raus. Verdammte Scheiße. Atmen, atmen nicht vergessen. Ich helfe dir. Alles in Ordnung? Ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Ah, atmen. Okay, okay, warte mal, hast du dein Spray dabei? Hast du dein Spray dabei? Nee, ich hab sowas nicht. Nimm den Inhalator, Mann, nimm den Inhalator. Scheiße, Alter. Alles in Ordnung? Scheiße, beruf mich schwindig. Nee, aber können sie jungen Burschen mir sagen, wo ich die App runterladen kann? Ja, also pass auf, Opa. Du gehst jetzt hier aufs Tablet, ja? Wenn du da bist, ja, dann gehst du mal unten auf dieses Kreisdeck, okay? Da in der Mitte, neben dem Fall. Okay. Ah, ja, ja. Jetzt siehst du das, ja? Wow, ja, ins Stadion. Ja, genau. Kennt ihr das? Wenn du auf der Nase kribbelt und gehst kurz davor, dann eigentlich zu genießen, aber die sind ja nicht einfach wieder zurückgegangen. Ja, du musst ins Licht gucken. Geht das? Ja, einfach ins Licht gucken, aber nicht reingehen. Das ist wie so eine Motte, Junge. Ja, der ist voll abfuck. Ja, jetzt mach ich das auf. Wenn deine Nase voll kribbelt und auf einmal... Ja, genau. Dann sag ich, du fickt dich. Hey, das kostet ja Geld, die Scheiße. Das war so richtig dreckig. Aber für zwei Wochen, das gibt es auch klar. Klar, nicht dreckig. Und was habe ich dann davon? Von den Bums? Musik. Musik. Musik habe ich auch auf meinem Handy. Ja, aber das ist die Musik von hier, Mensch. Warte mal, ich hab, ich hab im Auto, glaub ich, noch so, hier, dieses Riechsalz, ah. Also, ja, was ihr genommen habt, der gibt mir auch was, oder? Ich bin ja. Was macht, was macht denn, Mann? Hier, guck mal, das stinkt. Tief durchatmen. Oh Gott, oh Gott. Ich glaub, das macht so schlimmer. Warte mal, hör auf den kaputt zu machen. Da brauchst du doch nicht später. Scheiße, ey. Das ist dieses ASMR, von dem alle reden. Nee. Das ist doch mal was anderes, Opa. Da hört sich auch so an. Da gibt's so eine Seite, da sind dann so leicht beschleidete Ladies, die machen so was dann. Ja, die lutschten an Mikrofonen rum, das hab ich schon gesehen. Ja, genau, richtig. Und so hört sich das auch an. Hört auf meinen Mann kaputt zu machen. Was ist mit euch? Scheiße. Mein Gott. Also, ich hab eben gerade noch Wartungsgebühren bezahlt, aber das hilft irgendwie nicht. Jetzt ist es gut. Also. Sie sollten Geld dafür verlangen. Großartig. Das Double-B steht für doppelte Bronchitis, glaub ich. Scheiße. Nee, der hat, der hat Heuschnupfen. Achso, ja, dann. Guckst du, Schammer? Was passiert hier eigentlich? Okay. Oh nein. Also, wir haben jetzt alle eine Hausaufgabe, ja? Wir loggen uns ja jetzt alle ein. Wo? Ja, bei Liberty Beats, Mann. Und dann hören wir jetzt alle gemeinsam, live in la vida, Luca. Nee. Oh, doch. Nee. Oh, es ist ein guter Song. Da gehst du mir gerade schön durch. Gesichtswurst? Ja, irgendwie das Gesichtsvorhaben. Das ist sogar richtig kluft, tatsächlich. Ist so. Okay, da muss ich nur reinhören jetzt. Kevin? Ja, nicht nur reinhören. Kevin, Alter. Lass ihn erstmal wieder auf dem Laufbücher. Perfekt. Alles klar, bis gleich in Pillows. Bis gleich. Opi, kommst du da hin? Ah, wo komme ich hin? Ich guck gerade hier. Ins Pillows, Mann. Was ist denn das? Das ist so eine Tittenbar, aber ohne Titten. Aber mit einer Stange, also wenn du Bock hast, kannst du Titten zeigen. Hey, auch mal. Eine Tittenbar ohne Titten? Was ist das denn? Das ist doch dann keine Tittenbar. Eine Kneipe quasi. Wo ist das? Wie heißt das? Pillows. Das ist ein... Jux. Ja, Pillows. Das gebe ich mir. Ja, ich notiere mir das, damit ich das nicht vorhersehe, so. Ah, Pillows. Ja, guck ich mal. Ich gebe hier meinen TomTom ein. Alles klar, gibst du meinen TomTom. Und da seid ihr gleich, oder was? Ja, ja. Wir sind da alle gleich. Gleich. Gut. Gleich. Guten Abend, Dian. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Hi. Oh ja, der Toll. Nein. Na, habt euch wieder beruhigt. Nee. Nicht? Ja. Das hat nicht so wirklich. Schwierig. Ich habe gerade mal hingehört, denn dieses Liberty Records Apps gedöhnt da. Dieses Internet. Voll gute Songs, Junge. Da müssen wir mal... Ich glaube, da muss ich mal ein paar Songs ins Lernz-Label schicken. Ich will da auch ein paar Songs haben. Ja, dann sag mal was vor, Mann. Ach. Ja, die kennen mich schon. Die wollten sich melden, aber eigentlich heute Abend, aber ist ja ausgefallen. Pass auf, da hinten ist eine krasse Bühne, Mann. Dann zeig mal, was du kannst, hä? Was für eine Bühne, wo? Ja, hier oben, hä? Ah. Ich bin tüchtern. Wollt ihr den Opa verprügeln, oder was? Nein, der legt was auf. Ja, aber der sagt, er ist krasser Künstler. Da vorne ist eine Bühne. Was für eine Bühne. Oha. Ja? Ah, hier schön Gartenhaus-Look. Finde ich gut. Cool, ne? Dann hau mal rein, Mann. Ah. Jetzt. Ja, jetzt hält man den Drip. So. Und noch ein bisschen Zeit für Gangster-Rettner-Rapp, Junge. Oh, ja, Mann. Oha ist zwar reif, doch Opa trägt Nikes. Eine Millimeter, die Lodopa schlägt ein. Ich bin reich wie Walter White, weil deine Mama für mich kocht nicht in der Küche daheim. Nein, nicht meinen allerfeinsten Stoff. Aber für deine Kleine einfach so auf meinem Mofa. Für sieg hast sie an der Leine 50 Shames auf Opa. Im Dunkeln, Funkeln, weiße Tennissocken in Flip-Flops. Opa liefert wieder feinsten Hip-Hop am Krönsturm. Hat ne scharfe Nachtschrank, Junge, scheiß auf Bibel. Opa vertritt Chissis bei 187. Komm aus ner Zeit, in der Viva und MTV noch super doll waren. Opa, der Inbegriff eines Tupac-Posters. Opa ist nicht alt, er ist der fresheste Liu. Kamer zu, Hammer. Bald mit Rulato auf dem Juice Cover. Bin oder doll mit meinen Enkeln. Geh beiseite. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Der Opa bleibt der gleiche. Ah. Mach, los, mach nochmal. Mach nochmal. Mehr, 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 Mann. Ah. Mach nochmal. Wir machen auch mehr. Wie, noch eine? Ja, mehr, Mann. Komm, Opa, mehr. Ja, mach nochmal, damit Double-Kiss es auch hört. Ah. Gut. Let's go. Ist das eigentlich von ner Lautstärke so? Ja. Perfekt. Da ist er, Mann, Double. Gönn dir das. So. So, ihr hört ihr aufheifen. Opa ist am Mikrofon. Opa ist zwar reif, doch Opa trägt Nikes. Eine Millimeter-Deal und Opa schlägt ein. Ich bin reich wie Walter White, weil deine Mama für mich kocht. Nicht in der Küche daheim, nein, nicht meinen allerfeinsten Stoff. Opa fühlt er ne Kleine einfach so auf meinem Mofa. Für sich erst hier an der Leine 50 Shades auf Opa. Im Dunkeln funkeln weiße Tennissocken in Flip-Flops. Opa liefert wieder feinsten Hip-Hop am Krönsturm. Ach ne Schafe im Nachtschrank, junge Scheiß auf Bibel. Opa vertritt Chiss ist bei 187. Komm aus ner Zeit, in der Viva und MTV noch superdorf waren. Opa, der Inbegriff eines Tupac-Posters. Opa ist nicht alt, er ist der fresheste Newcomer. Zu Hammer, bald mit Rulato auf dem Juice-Cover. Bin oder da mit meinen Enkeln, geh beiseite. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Der Opa bleibt der gleiche. Au. Das ist einfach so geil, Mann. Opa bleibt der gleiche. Äh. Ach. Meint ihr, ich hab Chancen da, oder was? Absolut, Mann. Auf jeden Fall, Mann, ja. Oh. Ah, danke. Vielen Dank. Absolut krass, Mann. Ah, ich hab noch drei, vier Songs, aber wie gesagt, die muss ich mir noch wieder bieten, aufs Handy ziehen, damit ich das dann auch machen kann. Ja, mach das mal. Ah. Alter, kriegst du mal deine Nummer, Opa? Ja, können wir machen. Oh, ich nehm die auch. Ah, Moment. Ich wollte diese Streicheltelefone hier. Ja, der Opa superlid, so nenn ich dich. Ah, kannst mich auch Dieter nennen, Dieter Krabowski. Aber Opa nennen mich alle. Also zumindest meine Freunde dürfen mich der Opa nennen. Und wie war das? Du hast keine Kohle? Naja, nicht viel, ne. Warte mal. Hier. Ah, danke. Wah, wah. Aber hast du eine Bank ausgeraubt, oder was? Ne, Mann, aber Talent muss man unterstützen. Wow, jetzt kann ich mich ja richtig beim Label einkaufen. Das muss man echt absolut unterstützen. Du bist voll gut, Mann. Ja, sehr. Ah, vielen Dank. Dankeschön. Vielleicht machen wir irgendwann mal, wenn wir uns auch trauen, vielleicht kriegen wir ja mal ein Feature mit dir. Ja, ich bin für alles offen. Also quasi nicht ganz nicht. Wir machen das einfach, Neo. Wir machen das. Irgendwann, da müssen wir halt mal. Ich trau mich das nicht. Ja, ich will auf jeden Fall ein Feature mit der Mia haben. Und mit dieser anderen da. Millie, 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 Millie. Green Mia. Oh, ja, das wird immer lit. Wie erreiche ich die? Wo findet man die? Äh, Mias Nummer habe ich die von Millie leider nicht. Ja. Warte mal, ich kann ja Mia mal fragen, wo sie ist. Ich habe auch schon hier bei diesem Social-Gedöns, habe ich auch schon hier kommentiert. Mia, Opa will ein Feature. Mal gucken, ob sie antworten. Ja, schreib mir meine DM. Hast du dir den, hast du den Song von Diamond mal angehört? Ja, den habe ich auch, den habe ich auch gesagt. Der, der ist ja richtig stark, Junge. Wenn du willst, stelle ich dir den vor. Stelle ich dir den vor. Ja, gerne. Opa macht immer gerne Musik mit alles und jedem. Pass mal auf, ich frage erst mal Mia, wo sie ist. Ja, mit Mia habe ich auch schon ein Bettchen gemacht. Oh, du super heiße Superbunny. Wo bist denn du? Was treibst du gerade? Oh, okay. Ähm, ich habe gerade jemanden kennengelernt, der richtig fette Tracks macht. Und der würde gerne mit dir mal zusammen ein Feature machen. Der heißt der Opa. Ach, den kennt ihr schon. Kennst du schon, okay. Hast du schon mal seinen Track gehört? Der ist richtig krass, ne? Äh, ist das für dich okay, wenn ich ihm mal deine Nummer gebe? Alles klar, cool, mache ich. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht, Mia. Und wenn du willst, dann kommst du mit und dann stelle ich dich mal Diamond vor. Ja, ist der hier in der Nähe, oder was? Ja. Ja, die sind gerade unten. Ja, ja, zeig mal. Ich halbe er noch mal an, warte. Ob die auch wirklich unten sind? Ja, er ist nicht erreichbar. Die sind unten auf der Strecke. Ja, aber entweder ist er gerade Pissen oder er ist im Bett, warte. Ja, die sind beide nicht erreichbar. Was denn für eine Strecke? Äh, eine Rennstrecke. Street Racing und so. Wow, kann man da mal mitfahren? Also mit der Karre, die du hast. Hast du dir mal angeguckt? Ich habe ja Teflon-Pappe. Und Karton-Verdichtung. Kannst du auf jeden Fall mal mitfahren, wenn sich da jemand findet, ne? Aber ist das auch ganz legal eigentlich? Klar. Gibt das nicht. Ja, also ich meine, ist ein Street Race, also Street Races sind illegal. Ja. Jetzt wäre es ja nun egal, also normale Races. Ja, kann ja Sinn, dass die auch normale Races machen. Ja, ab und zu machen wir auch angemeldete, offizielle, legale Sachen. Aber oft auch illegale. Oft auch illegale. Ja, wie zum Beispiel ein Durchziehen. Ich habe euch durchschaut. Ich lache doch selber früher so auf der Wiese. Ach ja, das ist ja heutzutage auch mehr sowas wie ein Kavaliersdelikt. Ja, das stimmt. Zur Zeit, als die Scheiße endlich legal wird. Auf jeden Fall, Opa. Ganz deiner Meinung. Das hilft doch immer, wenn die Hand zittert. Ich kenne das. Ach, zittert die Hand gerade, Opa? Nee. Die fängt erst ab 30.000 Zuschauer an zu zittern. Ah, verstehe schon. Oh Gott, was für ein großer Auftritt der hattest du denn schon? Ah, 35.000 war das Größte. Krass. Ah. War super. Ja, ich glaube, die zwei sind pennen gegangen. Aber das kriegen wir trotzdem hin, morgen oder so. Kein Ding. Ja, morgen bin ich auch. Ist jetzt heute auch schon spät. Genau. Ja, ist schon wieder eins fast. Ja gut, dann gehen wir doch mal wieder nach vorne, oder? Ja, wohl. Ja, würde ich auch sagen. Geiler Scheiß. Gehen wir Poker spielen? Ja, Strip Poker. Und du musst dich auch. Kuschelig in der Türe. Kein, kein Double B. Kein Double B. Irgendwie. Wie geht's euch? Ja, gut. Jäger. Bestens. Jetzt, wo wir den Opa hier kennengelernt haben. Aha. Übertreib doch nicht, Mensch. Ja, das ist die nächste Größe. Ich sag's dir. Okay. Wer ist Rapper? Erstmal muss das Label mich nehmen. Ohne Label hast du es heutzutage schwer, sag ich dir. Die wären schön blöd, dich nicht zu nehmen. Absolut. Ja. Machst du Musik oder was? Ja. Sehr cool. Der macht keine Musik. Der zerreißt die Boxen, Mann. Ja. Der nimmt sie alle aus Nattern. Na ja. Hab ja auch schon. Schon 100 Jahre Erfahrung. Freestyle und so. Machst du das auch? Ah, ja. Schwierig. Das hört sich immer nach Hausmausrap an. Da bin ich nicht so Fan von. Ach so, okay. Ah. Aber die Mia kann das. Hat mich schon mal fertig gemacht. Die Mia, die kann auch gute Tracks zusammenmischen. So, also so Dark Techno und sowas. Ja. Ja. Richtig geil, was die da so raushaut. Ja, Wahnsinn. Musikalische junge Dame. Geht drauf, dass diese Stadt so viele Künstler hat. Ja, hab ich auch gesehen. Dachte, da findet man nur Beats. Auf einmal haben die da alle Songs voll gut. Wie ich mich ja wie zu Hause. Was kriegt die da rein, den zu trinken? Überrasch mich. Kein Bier. Überrasch mich mit allem, aber ohne Bier. Mit allem ohne Bier. Bei dir? Ja. Ich denke, ich bin Locker. Locker. Und beim Rising Star? Opi, was willst du trinken? Ach mich? Ich fühle mich da nicht so angesprochen. Ich bin doch ein ganz normaler Wendner. Ey. Ja, überrasch mich. Ich nehme auch einmal die Überraschung. Frischerchen. Opi, hast du eins auch gekriegt? Ja. Wunderbar. Oh, wow. Aufpassen, der geht immer so in eine Blutbahn. Ja. In meinen Tabletten muss der sich vertragen. Schwierig. Oh Gott. Nicht, dass hier gleich noch was passiert. Ah. Einen Moment kurz. Ja, wir. Stell dir eben die Rechnung aus, ne? Ja, mach mal. Ah, ihr habt's hier, aber es dreht sich schon ein bisschen. Danke. Danke dir auch. Ich bin sofort wieder da. So, jetzt. Ich bin hier und da will einfach abgedampft. Ja, die mussten irgendwie noch vorhin, so hatte ich das Gefühl. Okay. Ja, ich schätze unten am Ding ist dann auch nichts mehr los. Heute war auch ganz schön stürmisch. Deswegen sind wahrscheinlich auch viele nicht aus dem Haus gegangen. Ja, das kann ich sein. Das glaube ich auch. Haben wir heute nur fünf Aufträge? Ja. Macht ihr denn überhaupt? Wir sind Abschlepper. Ja. Abschlepper. Abschlepper und Auto reparieren. Genau. SC Repairs. Die stehen in Meppen. Wir kommen sie abschleppen. So ein Ding. Ah, ja. Da muss ich immer mal merken. Wo sind die Deppen zum Schleppen? Aber ich brauche noch eure Telefonnummer. Ich rufe einfach einen durch, Obi. Ja, das können wir auch machen. Ach, das war ich. Ah, Moment. Sag, wenn du so weit bist, dann klingel ich... Wie war der Name? Bell. Was? V-E-L. Bell. Bell. Ja. Ah, habe ich. Perfekt. Schreibe ich mir mal gleich mal hin. Ab. Schlepper. Hab ich. So, dann ruf ich dich jetzt mal an. Ah. Wow. Ist immer vibriert, Junge, Junge. Ich bin Neo. Neo? Ja. Ist das nicht der Typ von der Matrix? Ja, aber ich bin kein Typ. Nee, so siehst du auch nicht aus, hübsch bist du. Und ich kann... Oh, danke. Und ich kann auch nicht so coole Moves wie die aus Matrix. Ist dir das betreute Trinken? Ah, kommen sie rin. Können sie rausgucken. Also, wenn du mal einen Schlepper brauchst oder eine Reparatur, sagst du einfach Bescheid. Das heißt, wenn ich mal abgeschleppt werden will, ruf ich dich an. Gegner. Einen von uns beiden. Verrückt. Wo einfach geht das heute so da? Hallo. 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 Hallo.